ja leute was geht ab heute habe ich ein ganz kurzes video und zwar wollte ich euch zeigen mein allererstes mal mit diesem musikblöcken und zwar habe ich das lied set nachgemacht ich habe versucht so gut wie möglich alleine zu schaffen also ich habe jetzt ungefähr so ungefähr schon eine stunde oder so verbracht nur um dieses um die richtigen töne rauszufinden da bin habe ich normal raus gegangen also noch mal rein das heißt ich habe schon ungefähr so vier stunden daran gearbeitet also viel spaß so 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 so